Ich bin Andreas und als IT-Leiter ist es meine Vision, die Kommunikation in meinem Team zu vereinfachen, effektiver und effizienter zu gestalten. Christine, hast du eine Idee, wie wir unsere Zusammenarbeit im Team einfach effizienter gestalten können? Ja, ich habe eine Idee. Ich habe im Fernsehen gesehen, dass Microsoft Office 365 das Unternehmen produktiver macht. Microsoft Office 365 bietet viele Möglichkeiten, um produktiver zu werden. Gerade für virtuelle Teams, Office 365 hat einen ganzen Schatz an Funktionalitäten, die die Arbeit im Team viel reibungsloser und effektiver machen. Aktuell teilen wir beispielsweise unsere Dokumente noch per E-Mail oder speichern sie in gemeinsamen Netzwerken. Wie du weißt, hatten wir in der Vergangenheit einige Probleme mit dieser Methode. Stimmt, und was ist hier bei Microsoft Office 365 anders? Mit Microsoft 365 haben wir die Möglichkeit, Dokumente auf OneDrive zu speichern. Das Geniale ist, so können mehrere Personen gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Aha, es klingt gut. Und es kommt noch besser. Du machst mich richtig neugierig. Wenn wir Microsoft 365 in unserem Unternehmen einsetzen, steht uns auch eine ganz neue Plattform zur Verfügung, mit der wir ganz einfach miteinander im Team zusammenarbeiten können. Stell dir vor, sie heißt Teams und ist super. Christine, das klingt spannend. Wie kann Microsoft Teams unsere Zusammenarbeit erleichtern? In Teams können wir uns ganz einfach virtuell mit unseren Kollegen und Kolleginnen austauschen. Wir können miteinander chatten. Und das Beste ist, dass wir ganz unkompliziert Informationen an das komplette Team verteilen. Und es kommt noch besser. Unsere Dateien, die wir über Teams austauschen, werden auf einem SharePoint-Server abgelegt. Christine, du hast mich überzeugt. Wer kann uns bei der Einführung von Office 365 und Teams mit einer Videoproduktion unterstützen? Schau hier, habe ich eine Firma gefunden, die genau das anbietet, was wir brauchen. Wenn Sie auf der Suche sind nach einem Produzenten für Ihre Online-Trainingsangebote, dann kontaktieren Sie uns einfach über die unten angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer und lassen Sie uns mit der Produktion Ihrer Trainingsvideos für Ihr Unternehmen beginnen. Bis zum nächsten Mal.